G5 studied dahinter m es ist mehr Moment muss kurz warten noch können wenn ich fertig bin dann können wir fahren wir los oder wenn der student fertig ist Woher hast du eigentlich das ganze Geld hier, Mann? Ja, gefarmt, ne? Was ist denn das Beste zum Formen? Ja? Was ist denn das Beste zum Formen? Beste Drohung. Ja, aber was? Am besten immer dann farmen, wenn niemand mehr online ist. Dann wirst du auch nicht mehr raubt. Ja, aber was ist für unseren Besten, weil wir Anfänger sind? Also, wir haben ja noch nie so viel Money. Ähm, ähm, ja, was legal ist damit, ne? Einem Ding... Geht vorsichtig. Hä? Weiß nicht, wer. Ich weiß nicht, was sich... Ah, verdammte Scheiße, Alter. Was hat denn ihr gemacht, am Anfang? Äh, ich? Am Anfang? Ja. Pff, weiß ich gar nicht mehr. Ach, ähm, ich hab hier Vorschuss bekommen. Ey, die haben mich mit den Gernens getroffen, ne? Ja, tut mir leid. Was hast du? Wegen was denn? Ich hab dich getötet. Ey, die haben mich mit den Reisgas getroffen. Ey, ich weiß. Ich hab mich gewundert, warum die Tötsu geht. Guck ich nach, krieg sofort Kugeln. Ja, ich bin jetzt offline, Marcel ist noch da. Okay. Wenn was ist, ne? Alles klar. Bis morgen. Ciao. Ciao. Und bis nachher, er gesagt. Ja. Ich bin jetzt oben auf Krankenhausdorf. Wenn einer hochkommt, dann kriegt er direkt... LOL, was? So, ich kann jetzt auch wiederkommen. Wo war der denn? Okay, warte, ich kaufte nicht. Eli, dann fliegen wir alle wieder nochmal hin. Ja, also, was ist jetzt die beste Droge? Äh, wir farmen, meinst du, ne? Ja, ja. Äh, also, ich hab Vorschuss hier bekommen. Und dann bin ich halt sofort farmen, äh, mit Droge farmen. Was für eine Droge? Was für Autos sind die Leute? Ja, man muss halt auf den Markt schauen, ne? Was krase Prozess, was 3,5 Millionen für den gestiegen ist von den Preisern. Mit Z kannst du ja auf den Markt zugreifen. Dann dabei Unterschlüsselbund. Dazu habe ich noch das, das sind die 1,5 Millionen, diese Missgeburten. Ey, äh, wie bitte? Das ist die 1,5 Millionen, diese Missgeburten. Ich glaub, die wollen den 3KW von, ähm, Ding, ne? Kavala. Der ist einer auch. Der ist ein bisschen mündig. Ich bin voll am Zittern, diese Missgeburten, Alter. Kommt da nicht von der Heavy, ne? Machen wir weiter, oder? Pff, keine Ahnung. Ist ja... Das sind ja noch 4 Leute. Warum 800.000, wenn schon? Ja, wo, welche... Genau, äh, 10 Leute. Genau, bleib da in Deckung, wenn du einen süß abknallst. Das ist das ganze Jahr, Alter. Wo bist du denn? Ja, genau. Bodenbleiben, auf den Bodenbleiben, runter, runter. Ja, warte, dann geh schnell, Geld, äh... Du brauchst niemals 800.000. Mach auch mal holen. Äh, 1,5, ja. 1,3, irgendwie so. Also, wir brauchen 1,5 Millionen, ja. Dann können wir uns unterhalten. Kommt die jetzt noch mit, oder nicht mehr? Ja, ja. Ich komm niemals mit. Ey, wir kommen sofort, als hätten die gerade durch die Mauer einen Heldschot bekommen, ne? Warte auf, Fasch. Ja, das ist die Limps, die benutzen öfters die Limps, die kommen durch Wände und Panzer und locker durch. Will ich die Links nehmen? Ne, ne. Wie scheiße ist das denn? Oder, oder, warte mal. Ähm, Moment. Bleibt du hier mal im Heli einfach. Ich hol die Links. Äh, wir werden uns auf dem Krankenhaus doch verstanden, aber besten Chancen dann. Cool. Welche Visier ist eigentlich gut für Nahkampf und Fern? Ähm... SOS. SOS? Ja, da kannst du zwischen Reflex und halt diesen Sniper-Score-Flexen. Okay, ich hol auf jeden Fall die Links. Wird sein. Wie teuer ist denn die Links? Ähm... Ähm... Ja. 800... Ne, 900. 875.000. Und Munition, Vollmantel, 450k und normale 225k. Oh, Vollmantel. Babylon, da ist einer drin, da hast du gesehen. Wie viel hab ich denn? Oh, mein Herz hat da. Ich hab sieben, sieben Dinger Magazin auf. Hm, mal schauen, ob ich mir noch mehr leisten kann. Ja. Hey, Logan, geh schon mal in den Heli, ne? Naja. Ich hab auch fliegen. Nein, ich hab auch fliegen. Haben wir überhaupt schon Sprengladen angebracht oder die aufgebrochen, die Bank? Nein, du. Nein. Ich... 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 Ach, warum Pilot? Abtür... Blablabla. Aussteigen, da. Ähm... Ach, genau, ich muss nochmal kaufen, Sprengladung. Hahaha. Ich bin mal offline. Ja. Und ja. 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 Oh, rein. Machst du Arsch. User disconnected from your channel. Dieser Wichser, ne? Ohne Spaß, Alter. Ich wichse nasch in den Arsch. Hä? Hä? Was? Ich fiege seinen Arsch in den Arsch. Ich hab ein Visier gekauft, wo sie hin. Ach, ich hab nicht genug Platz. Ey, 41 Minuten, und ich hab nur ein Typ getötet, Alter. Und ich hab auch mit der Granate, das war geil. Ich hätt' gern gesehen, wie der weggeflogen ist, Alter. Ich hab' dann seine Indie-Tüte da gehabt, kriegen wir kommen. Ich hab' dann mal jemanden getötet, Alter. Ich wurde zweimal getötet. Hahaha. Ja, das Ding ist ja... Verdammt. Es sind drei Leute, die zwei Leute noch mehr, aber ich werde getroffen. Ja. Obwohl ich mitten inzwischen den beiden war. Hä? Hey, wie geht's das denn? Ganz unten in TeamSpeak steht VIPs und da steht Posti Channel. Hahaha. Das war immer zur Bank, das war die hier anlocken, ne? Ja. Andere Games. GTA 5 Online, Alter. Vielleicht ein 8 Magazine für die Links? Oder ist das zu wenig? Weißt du, komm. Ja. Ich glaub' ich oft. Ich glaub' so oft schießt du nicht, bist du wieder tot bist. Ich spiele Heinrich von Acker getrennt. Ist er gestorben? Ja, getrennt. Äh, nein. Was ist das für ein scheiß Visierding? Ja, egal. Die sind gefüllt worden von Babylon. Egal. Ich brauche jetzt brauchen wir auch niemanden davon mehr machen. Guck mal, die Polizisten, ne? Sterben und danach loggen die aus. Ja, damit die Sachen glaub' ich nicht verlieren, oder? Soll ich auch noch mit einsteigen? Hä, warum? Für Bullen kostet das ganze Equipment wenig. Soll ich auch noch mit einsteigen? Die müssen nur scheißen und schon können sich die Scheiß wieder leisten. Ja, okay. Wie viel sind... Da sind nur noch zwei. Ja, ja. Ich fick' seinen Arsch in den Arsch ab. Wie auch immer du den Arsch hinkriegen willst. Ja. Weißt du, jeder Mensch... Also der Arsch von jedem Menschen hat auch einen Arsch. Verstehst du? Ja. Also der Arsch von einem Arsch scheißt in deinen Arsch. Und dann scheißen. Ja, Marcel, bleib hinterkommen. Bin ich behindert, ey. Jetzt ganz alleine, oder? Runter, runter, da ist Scharfschützen, Scharfschützen, runter. Achso, da sind Scharfschützen. Scharfschützen ist da. Ey, ist da jemand nicht in der Gruppe? Wo sind die denn, die Scharfschützen? Ach, Leute, die sind ja so krass nebeneinander, dass ich den nicht sehen kann als... Wer schießt da? Ich? Schieß so. Keine Ahnung. Kann man, du schießt auf das, ne? Aber ich sehe immer so ein Kugel, ein Kugel pro... Ja, ja, das ist ja leuchtgedingend. Ja, jetzt hab ich mehrere gesehen nach dem... Ich hab mindestens 30 Sekunden dann geschossen, Alter, dann hab ich 200... Wir schießen nur noch ein Bulle on, ne? Alter, der haut grad mit dem Strider ab. Ey, da ist nur noch ein Bulle online? Ja. Also können wir die Bank nicht rausrauben? Doch. Wir sind schon genau dabei gewesen, eigentlich, wenn die jetzt rausfliegen, können wir ja nicht zum Beinhalten. Wollen holen wir uns. Wollen holen wir uns hier, holen wir uns aus den ganzen Goldbahnen und alles gut. Ah, ich mach dir an diese Zwolle geht da. Goldbahnen, denkst du, wir sind hier bei GTA V. Ich hab mir auch nicht gesagt, ne, dass die aufführen wollen oder so. Oder dass es vorbei ist. Wir sind gleich da, ne? Gleich in 6 Kilometer. Wir jagen den einen Kopf, der haut mit dem Strider grad ab. Echt? Ey, der hat... Hat da jetzt wirklich nur einer überlebt? Wohin haut der ab? Wohin haut der ab? Er fehlt, er fehlt. Er fehlt, okay, wir fliegen sofort zum Er... Er fehlt. Wir schießen den dann von ihr ab, ne? Also von der Luft. Wenn du still hälst, dann kann ich ihn da wegschießen, dann. Aber ich seh den nicht, den zwei. Ach, der fährt da vorne. Wer hat da eine... Okay, ihr beide. Ja. Aber nicht wirklich gut von hier oben schießen. Ja, ich seh den, ich seh den. Ich seh den, ich seh den. Siehste die Insel unter uns? Normalerweise ist die Bank da eigentlich. Da wo das Weißige Gebäude ist. Ja, in vielen Servern. Ja, ja. Ich seh den nicht. Oha, warum seid ihr auf einmal so weit vorne? Ja, der hat uns gesehen. Der greift die Flucht. Achso. Womit? Hunter, ne? Weiter. Unbewaffnet. Weiter. Der haut schneller. Seid ihr auf der Hauptstraße? Ja. Hauptstraße Richtung Kavala runter. Okay. Wir sperren einfach diesen Weg. Der darf ja nicht reinfahren, ne? In uns. Ja, lass doch einfach so vor der Bank gehen. Ach, ich seh den. Ich seh den. Doch, er darf reinfahren, aber wir dürfen trotzdem abballern. Weil es trotzdem drauf ist. Nee, aber er darf in uns reinfahren. Während wir vor dem landen. Bei der Emulsion, das bringt nichts. Ja. Wenn ich auf der Reifen schieße dann. Lass doch sofort Bank gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich seh den auf der Karte. Rumlecken, aber... Ich schläge. Genau, so ist geil, so ist geil. So ist richtig geil, Alter. So kann ich jetzt auf die Räder schießen, wenn du so hinter ihm bleibst. Meinst du mich? Äh, der in Healy in Hummingbird. Ja, das bin ich. So, jo. Ja, so kann ich die Räder richtig an, ey. Geil. Ja, warte doch. Ich fliege auf die andere Seite. Kannst du ein bisschen weiter runterfliegen? Ich würde denk... Ist das HMG? Nein, ne? Nein. Das ist ein Spider. Ganz normaler. Dann würde ich sagen... Warte. Ich seh ihn. Ja, das weiß ich. Ja, aber ich kann nichts machen. Jetzt könnt ihr doch schießen. Jaaaa... Das ist nicht so einfach. Schieß doch. Schieß einfach, scheiß drauf. Egal ob einfach oder schwer. Es ist voll schwer zu zielen, wenn... Versuch das einfach. Versuch das einfach. Ja, ist doch egal. Warte. Warte. So. Ich geh ein bisschen weiter runter. Aber du musst noch ein bisschen weiter drehen, sonst schieß ich meinen Kollegen hier ab. Oh, da ist noch ein Heli. Ach du Scheiße. Er sitzt in seinem Heli. Ja, komm jetzt. Das war mir nicht passiert. Genau so sollt ihr schießen. Boah. Einfach so auf und drauf schießen, bis es explodiert oder keine Ahnung. Okay. Jetzt seid ihr dran. Na, du musst nachschlagen. Jaaaa... Ey, ich hab ne Lynx, ne einen Schuss und der wär gefickt. Du musst auch drücken. Könnt ihr auf den Inventar von dem Fahrzeug zugreifen? Ja, können die, ja. Wenn der Heli offen ist, können sie das ja. Ja, da ist offen. Okay, dann tu ich die Lynx da rein. Wenn's geht. Ja, das geht. Und einer von euch nimmt das und schießt halt drauf. Will ich machen? Ja, mach du das, mach du das so. Ich hab gleich genauso gerade. Ah ne, da hat jemand schon genommen. Egal. Ah, warte. Munition tu ich auch gerade rein. Boah. Warte, ich flieg. Hehehe. Moment, Moment, Moment. Verdammte Scheiße. Wenn der jetzt nach Kavala oder? Ist bei der Penuskurve. Warte, scheiße, Mann. Kannst du umdrehen? Ja, ich versuch. Das ist, das ist bisschen behindert jetzt gerade, dieser Mond. Okay, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist perfekt sein. Wie? Schieß. Ah, nachladen, scheiße. Schieß.